Zur Information der Mitglieder der Kirche hat die erste Präsidentschaft den folgenden statistischen Bericht über das Wachstum und den Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2014. Ende des Jahres gab es insgesamt 3.114 Pfähle, 406 Missionen, 561 Distrikte und 29.621 Gemeinden und Zweige. Die Gesamtzahl der Mitglieder betrug 15.372.337. Die Anzahl neu eingetragener Kinder im Jahr 2014 betrug 116.409. Im Laufe des Jahres gab es 296.803 Bekehrtentaufen. Am 31. Dezember gab es 85.147 Vollzeitmissionare sowie 30.404 Missionare im Kirchendienst. Drei Tempel wurden 2014 geweiht, der Gilbert Arizona Tempel, der Fort Lauderdale Florida Tempel und der Phoenix Arizona Tempel. Der Ogden Utah Tempel wurde 2014 erneut geweiht. Die Gesamtzahl der in Betrieb befindlichen Tempel betrug Ende des Jahres 144. Die Gesamtzahl derowerten Werke des Jahres那么 Predigt, der Ausgaben der